Hallo meine lieben Leute zu einem Let's Play bei Smash Bros. Brawl E-Rei wieder am Start und diesmal habe ich wieder Vintage mitgenommen Und wie die Steuerung geht weiß ich Wir werden heute Smash Bros. Brawl mal spielen Klassisch wollte ich eigentlich im letzten Part alleine nochmal machen Aber erstmal spielen wir den Suprom zu Ende Und dann wird der jetzt auch öfters zu zweit gemacht werden Ok drück mal Plus Ok will dein Name Warte dann erst weiter auch wieder Ok wir spielen Leicht ist ein bisschen zu leicht für uns Winzeln Dann spielen wir auch normal weil ich schwer mache ich schon in einem Modus und spiele normal Es gibt auch Let's Player die spielen einfach sofort auch leicht Das finde ich so lame Aber es gibt auch Leute die auch heftig spielen Sowas mache ich nicht gerne Sowas hasse ich Ok unsere ersten Kandidaten zum Zelda Und Mario Und da kommt noch ein Held nämlich Kirby Da steht zwar Kirby aber das heißt Kirby So dann kämpft wir Ok wenn ich jetzt einen auswähle dann äh Ja dann ist er genau der gleiche wie ich Also Kirby kann ich nicht so gut Mario Ich kann nicht besser so mit Mario spielen Weil ich fand den nicht mehr aber Kirby ist geil Ja Kirby ist zwar geil aber Ja Kirby ist zwar geil aber Nur Warte sein Nehm einfach nur Ja ok ich kann mich nicht entscheiden Ich mag Mario mehr Ich mag Mario mehr Ich mag Mario mehr Ich weiß so manchmal nicht Aber ich kann natürlich die Ich weiß viele ne Mario aber manche nehmste Ja Gott So Also Winzy ist gerade dieser Feuer Mario wie Ich heiße mich in echt Winzy Ich heiße Winzy Ja Aber er hat mich Winzy genannt Weil ich sein Winterfreund Ja und weil sein Name auch zu lang ist Der passt nicht in die Zeile so Ja Genau Und der Tock mich gerade richtig im Leben Dann wäre es echt Fassel Ich weiß nicht Ich habe den Tod Aber ich mache den Tod Aber Schon geil Ich habe den Tod Ich habe den Tod Jeder Hund Da kann ich gleich mal zocken Ja Ja Richtig gut Wollt ihr letztlich werden auch mit anderen Freunden Oder vielleicht auch gut Kannten gemacht Ja, aber trotzdem, wir werden immer die Spieler wechseln, heute ist Vincent dran, vielleicht kommt der nächstes Mal wieder, weil Vincent kommt, glaube ich, jetzt ein bisschen öfter auch, naja, öfter nicht, aber öfter als ein anderer Freund. Okay, wir machen den fertig, tschüss, und nie wieder. Für mich war ja früher dieser Kampf sehr schwer, aber jetzt habe ich, weil da, ja, jetzt hat man den Dreh aus, naja, eigentlich war der ganz schön. Na ja, bei Vincent habe ich ja das erste Mal so das Roll gespielt, ja, dann hat er jetzt von seinem Abweich, ja, Vater hat mir gekauft, und dann, äh, habe ich das Spiel gekriegt, ich habe sofort angefangen zu zacken, als ich, ähm, als mein Vater mich nach Hause gebracht hat, habe ich sofort angefangen, und ein paar Tage, ein paar Tage oder ein paar Wochen später sind wir dann in den Urlaub geflogen, und dann, als wir da waren, ja, wie zum Kaiser sind wir dann geflogen, sind wir zurückgekommen, dann, ja, sind wir wieder nach Hause gekommen, und, ja, bla bla, ich habe wieder angefangen zu zacken. Okay, reden wir jetzt weiter zu dem Stück. Diese Gegner, die sind Primites, das sind die Original-Gegner von Cosmere Spurs Brawl, das sind auch, die muss ich mal wieder mit einmischen. Ja, das sind die ersten Gegner. Ja, okay. Dann bin ich mal, ich bin auf jeden Fall Mario, dann bin ich Zelda und dann bin ich... Man kann sich auch jetzt schon, wenn man Zelda ist, dann kann man sich auch jetzt schon in Kirby, ne, ins Chic verwandeln. Und weißt du, man kann sich ja auch jetzt schon in Chic verwandeln. Wirklich. Wirklich? Ja, das geht's. Hab ich mal auch probiert. Jetzt kann ich doch. Kann man sagen? Ja. Und jetzt verwandle dich mal in Chic. Du weißt doch, wie das ist. Aber der darf auch gar nicht so. Ja, so. Unten und eins musst du drücken. Unten musst du... Ich bin auch in Chic. Ja, jetzt bist du Chic. Vincent ist ein Mädchen. Ja. Neue Vincent. Das Mädchen. Und er hat einen Metall anzusetzen. Ja, geil. Wir sind Zocker, ey. Ja, wir sind Zocker, wir machen auch das nur Let's Plays. Wir sind so diese Let's Plays Typen. Und wenn ihr schon in manchen Beschreibungen gelesen habt, immer kommt jedes Wochenende, äh, 3 Let's Plays und 2 normale Videos. Das hab ich zwar nicht geschrieben, aber da kommt 2 normale Videos. Aua. Und äh, ein Musikvideo und eine Verarsche von einer Sendung. Ja, okay, wenn ihr das wissen wollt. Wenn ihr das nicht wissen wollt, dann müsst ihr auch nicht hinhören. Dann könnt ihr den Ton hier reinmachen und dann blablabla. Und... Ich helfe ihm mal in 3 Millionen Lieder. Ja, ich bin... Ja, er hat gerade nicht so gut in den 3 Millionen Lieder. Ja, ich bin... Ich helfe... Ich kann gar nicht singen. Weil meine Brüder sind ja nie... Meine Konsex sind ja nie noch. Ja. Meine Brüder, ich bin mit meinen Brüdern zusammen in einem Kanal und... Ja. Oh! Und ihr müsst mal angeben die Lochis. Ja, bei uns müsst ihr... Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, müsst ihr erstmal Let's Plays Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen bestimmt 2008 eingeben. Das ist zwar ein bisschen lang, aber das müsst ihr. Und wenn ihr uns dann abonniert habt, dann müsst ihr nur an der Seite auf uns klicken. Wir haben so ein SpongeBob-Bild im Moment, aber es kommt noch ein neues. Wo wir alle in den Kanal drin miteinander sind. Ja. Der andere Freund, äh, also ich sag mal jetzt Adrie, der Adrien, der kommt vielleicht auch nicht auf das Bild, aber er ist auch manchmal dabei bei uns. Und jetzt müssen wir mit Kirby kämpfen. Wir müssen... Ja. Für der Gelbe so einst auch in den Spiel, in Kirby-Adventures. Ja, Kirby-Adventures. Boah, jetzt hab ich schon was vor. Ich hatte auch die Avengers geguckt. Und Kirby-Adventures. Da gibt's ja auch den gelben Kirby. Und ja. Ja. Und... Da kann man gerne... Ja, Kirby muss ihn, finde ich auch sehr geil, äh, weil, äh, mein Bruder, der mag gerne Kirby. Mein Bruder, der mag gerne Kirby. Ich mag ja eigentlich mehr Mario, denn Cario. Hab' ich noch mal mit den Existen. Lö, jetzt hab ich mirkeitsbefreit. Lö, ihr bescheißer! Jetzt hab ich Peep antigelt. Na egal! Aber dafür nur einmal. Da, dort ist Darfby. Dort ist der Idiot. Oh, er explodiert hier noch mal. Wie kann er eigentlich dreimal auf dem Boden landen? Häh, ja! Es ist so unnötig! ja, so coole Sachen gelungen war das, und ich hab schon geil lassen, das auf sich eigentlich sollte da Peach liegen, wenn wir jetzt, äh, wenn Kirby jetzt mit Zelda fliegen würde aber ich hab Zelda zu oft befreit, irgendwann ist auch mal Peach, weil als wenn da der Akzessin wäre Landetelder sind cool ja, lach mal schön und verpiss dich richtig und die Bombe Neuuu das Stadion oh, das Publikum stirbt auch hey, das ganze Publikum so nötig oh, nötiger Scheiß oh, Mist, was hat sich da ja, wie viel war ich dir ok, da kommt jetzt erstmal unser echt richtiges Level Speicher machen wir erst am Ende des Let's Plays, weil immer wenn wir mit dem Spiel aufhören, dann speichern wir ja! ja, mit damit ja, ja, ja ja, ja, und die Ok, ich bin voll geil. Ja, ok. Ok, er traut sich jetzt unterzusprechen, weil er jetzt länger fliegen kann. Weil mit den Armändern kann er ja jetzt länger fliegen. Aber eigentlich... Weil wenn man ihn spielt, dann kann man ja seine Flügel so blau machen, damit er nur fliegt. Ja, man merkt mich aber nicht. Ja, weil dann ladet er es ein bisschen später. Ja, jetzt spielen wir ihn so. Okay, wir wollen euch noch Pits Attacken zeigen. Also er kann Pfeil im Bogen. Er kann so eine Drehung machen. Hey, warte doch mal. Und mal schlagen geht natürlich. Wartet da oben. Wir selber machen nach vier Richtlinien. Nicht also. Zu Anfang, ne? Ja. Ich dachte eigentlich... Vincent dachte, ähm... So fast Memphis Brawl wird so ein Zug spielen. Und ich dachte immer, so von Smash Bros wird Wettfressen. War da immer so eine Zugmusik kommt, wenn man so viel anmacht? Ich dachte immer, das wird Wettfressen. Wo man sich da so ein riesiges Baguette, was, äh, ein Meter lang ist. Und dann auch fressen muss. So ein richtig riesiges Baguette, ja. So, äh, zwei, drei Meter lang. Und ja, und dann stopft man sich den Mund so voll und dann ist Ketchup an der Bange. Und so. Ja, aber nee, das ist wirklich geiles Spiel. Hm. Jetzt müssen auch noch Gegner kommen, ne? Na, danke. Na, dankeschön. Die Halberke hört doch Meta-Neid, wer hat die eigentlich gestohlen? Aber warum wird Pinz mal so cool aus, wenn du uns nicht so händlich? Wie Zombies. Ich bin noch nie, was die Zombies gehört, ey. Kann ich jetzt mal auch. Schon mal zu den Zombies gehört, die Primaids? Ah, ich glaub schon. Einmal in ein Zombie. Ja. Tschüssi, Primaids. Scheiße, du. Oh, oh. Den solltest du nicht werfen, weil ich hab schon ganz viele von dir abgeworfen. Und den Primaids. Manche letztlich sagen auch immer Primaids zu diesem Primaids. Und da steht der Primaids. Und die denken, wie man meint das ernst. Oh, ne, kann ich leben. Oh, ja, das ist so ein Einzel. Oh, 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 oh. Ja, oh, 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 oh Ja, äh, ich spiel auf GTA. Ja, GTA, bin ich. Hab ich noch nicht. Und das heißt nicht gut. Aber ich hab geratet. Ja, bin ich. Und, äh, ja, GTA muss cool sein, aber ich kenne es noch nicht so gut. Ja, ja, kenne ich den nicht. Ja, ich kenne es noch nicht, aber ich hab schon mal ein bisschen... Ursulich ist es eigentlich gar nicht. Oder 60, aber 18 ist ein bisschen zu hoch gestellt. Ja. Also ich hab das, äh, schon mal kurz gesehen in einem Video, GTA 5. Da hab ich ein Video schon gezeigt von Lena, oder? Ja, und, von Kat Galdes. Soweit ihr gucken? Ja. Aber... Ich wollt mal Minecraft Let's Play machen, aber, nee, lass mal. Mein Minecraft ist ein bisschen doof, deswegen hab ich es gelöscht. Ich hab nur so eine scheiß Demo. Ich brauch unbedingt den, den kreativen Modus, da kann ich alles bauen. Boah. Wo kommst du her, Bro? Ey, guck mir nicht schon an, so fern. Komm, wir rühren. Mario! Bam! Hä, seit wann kann Mario so hoch springen? Ja, natürlich kann er so hoch springen. Ich dachte, Mario ist so eine Bestie, weil er so gut springen kann. Oh, Mol, ich bin. Man sieht, der Mund gar nicht, der ist so, äh, nahen sein Bart. Aber... Leck mich! Aber wer hat eigentlich schon so ein Bart, der Bart ist so ein bisschen hesslicher, aber muss man sagen. Aber ich find Mario auch cool. Ah, guck mal, wie er schlägt! So komisch, er bewegt sich gar nicht seine Arme. Aber ich hab noch einen ganz allein, ähm, bitte hier rein, noch einen ganz allein Kanal, eine Uhr von uns beiden. Ja. Also, die machen wir heute. Ja. Da, wo wir... Und er, der wird Winzer heißen. Ja, weil... Von Winz... Ähm, und Vincenz... Und Eray. Ja. Also, Vincent und Eray die Abkürzung, also Winzer. Ja. Komm mal dazu. Eigentlich ein guter Name für uns beide, weil wir beide spielen ja nur. Äh, wo geht's hier weiter? Hab ich vergessen. Wie kann man das vergessen? Achso, da! Das war! Er hat doch das Spiel durchgespielt. Ich weiß, ja, aber ich erinnere mich an das Level nicht mehr so gut. Aha. Ja. Warte, okay. Irgendwo da ist ne Tür. Ja, da ist eine! Boom! Ein Secret. Ein Secret. Aber ich will ja auch alles finden. Na, Marco. Na, Marco. Lack. 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 Aber... Okay. Warte, warte! Oh, scheiße! Ich hab's durchgespielt und bin irgendwie so schlecht geworden. Lack! Ich darf nicht sterben! Lack! Ich darf nicht sterben! Lack! Ich hab euch auch im letzten Wincenten-E-Rey-Let's-Play auch meine Prophelen auf dem Prophelenstand platz gezeigt. Und was zu Hölle warum sterb ich eigentlich? Ich bin ein bisschen doof, ne? Ja, das ist scheiße. Das war meine Schuld. Muss nicht böse sein. Ich bin endlich noch ein schlechter geworden. Na, ich glaub' geschaffen. Ich zieh jetzt mein Spiel wieder auf. Ja, ja. So. Ich zieh jetzt mein Spiel wieder auf meiner Wii. Äh, Entschuldigung, aber ich hab zwei Views. Weil der Weihnacht, man hat wohl verwechselt. Ja. Weil er hatte schon eine View und er hatte zwei gekriegt. Nein, ich hatte beide zu Weihnachten. Hast du beide zu Weihnachten? Hm, hab ich. Echt? Hm, hab ich. Ah, das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Geiler Scheiß. Ja, war noch geil. Und? Wir sind auch ein paar Spaßvögel. Wenn einer von uns keine Batterien hat, dann singt einer von uns entweder so ein hässliches Lied oder macht irgendwas oder erzählt wir. Wir machen auch Bestraf, wir machen auch so Wettkämpfe. Ja, Wettkämpfe machen wir auch sehr oft. Aber draußen. Meistens im Sommer. Ja, im Sommer machen wir dann solche Videos, so ein Kampfvideo, so ein Wettkram. Und der muss dann irgendwas essen. Irgendwas Fieses muss er dann essen. Vielleicht eine Zwiebel oder so. Das wird schon nicht passieren. Nee. 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 Nee, passieren wird es auf keinen Fall. Okay, wir speichern jetzt schon mal. Dann machen wir noch ein Level. Und... Ja. Dann sind wir uns später noch im nächsten Fall. Aber... Okay. Wir machen auch erstmal Wolkenmäher. Ja. Wen willst du nehmen? Als erstes. Ja. Ja. Fieses ist eigentlich nicht so schlecht. Sie hat eine Bratpfanne. Sie hat eine Bratpfanne. Sie hat so eine geile Bratpfanne. Sie hat so eine Bratpfanne. Wenn man geht und dann zweitig. Jetzt warnt schon der Nachteil. Also das nicht, wie sie gerade ausgehen. Das können die meisten glaube ich. Ja. Gerade ausgehen. Man muss hier nur gerade ausgehen und mehr. Und der Reich schafft das nicht? Er läuft. Also der Reich schafft das nicht? Ich kann nicht gehen. Warte. Äh. Wenn sie kriegen, dann entfernt sie. Ich will dem... Ich will dem... Ich will mal Pies Attacken zeigen. Also sie kann hier sowas so nach oben schlafen. Und sie kann so eine Bratpfanne. Sie hat so eine Bratpfanne. Und sie hat so Gemüse aus dem Verrangen auf den 2. Sie kann mit dem Arsch ein bisschen schlagen. Ja. Das sind so geile Mädchen attacken. Ja. Okay. Lass da weitermachen. Jetzt ist so eine alte Stachtel. Aber irgendwie ist sie im Brawl etwas geil. Muss ich mal sagen. Oh. Jetzt wird hier nochmal rumgeballert. Oh. Voll GDR. Äh. Und Rampschutz. Ja. Und Rampschutz. Wie geht die Art und Rampschutz. Ja. Kann man ja schon Rampschutz. So mit Autos. So mit Autos ist das. Ja. Oh. Kann sogar mit Racketen. Ah. Okay. Das bleibt bei der Steuerung. Und. 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 Und lecken. Und. 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 im Internet erkennt man das so wie so dass der ein Mann ist. Ja. Weil er ist ja so. Laub. Oh ja. Nimm dir immer den Hammer weg. Komm her. Oh ja. Ich hab nicht gedacht dass ich das fand. Ja. Entschuldigung. Drei. Denkst du ich bin Peach. Und du hast selbst schon Heimat. Jetzt mal nicht rum. Ich saug dich ein. Ah ja stimmt. Die kann man nicht sein so. Haha. Das wird sich so ein bisschen komisch aussehen. Also. Was denkst du nicht? Ja. Man kann ja mit Kirby eine Kraft nehmen. Über. Noch nicht mal ein. Kirby Adventure. Ne. Kann ich nicht erst gar nicht. Nein das geht da nicht. Kann ich nicht. Da da ist ein Hessliga. Wir müssen wir töten und kriegen ein paar Einzüglichen. Komm her Hessliga. Ah. Hey wir sind die doch nicht beim Augen aus. Blöde aus. Eine Maxi Tomate. Ohr. 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 Das noch auch. Das noch mal. Das fängt. Sag mal ich geh nach oben. Ja. das nicht hier verkorten. Oder auch. Ne. Aha. Da kommt es ja immer hinterher. Ah. Wenn ihr zu zweit spielt dann müsst ihr Plus drücken und dann könnt ihr eurem ersten Spieler immer hinterher gehen. Aber wir versuchen das nicht zu oft zu machen. Ne. Das werden wir auch nicht zu oft machen. So. Das ist so ne Art doper. Schummeln für den zweiten Spieler weil der zweite Spieler ist ja nie so gut. Und beim ersten Spieler geht das nicht. Was sagst du da? Wenn ich Schluss drücke dann passiert das hier. Und kommt Pause. Wack doch. Das Mann auch. Eine Masuka. Ja. Eine Masuka. Ja. Eine Masuka. Ja. Ich weiß natürlich. Also Entschuldigung. Er weiß noch nicht wie die Familie. Ich weiß aber da muss es ja bei Sokas geben. Ne. Muss es nicht aber. Doch weil das du hier so wie ein Baller spielst. Ja. Aber da muss ja keine bei Sokas geben. Boah so ne Frau mit einer was zu trennen. Ne. Ne Frau mit einer was zu trennen. Ich brauch Schmuck. Schatz warum ist das Baby am Brennen. Kauf mir mehr Schmuck. Schau so. Das Baby am Brennen. Äh jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr in die Wolken. Hahaha. Das Level heißt Wolkenmeer und wir sind nicht mehr in den Wolken. Und wir sind nur ein paar Wolken. Und wir sind nur ein paar Wolken. Problem haben wir uns. Okay hier ist was. Das weiß ich für jeden Fall. Hey warte. Ja Entschuldigung. Hey das war Kirby mit einer Clownmütze. Okay drückt einfach Plus. Ja. Einer. Oh nicht die. Die blöden Winkels. Wenn du A gedrückt hättest dann könnt ihr nur noch. Oder müssen. Ne. Aber wir töten. Du. Damit sie uns um den Weg töten. Und du hast nun. Und du hast nun. Oh wieder. Dann. 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 Da wird nicht. Immerhin. Und jetzt geht es auch mit Kugeln los. Bevor wir weiter gehen. Ich weiß nicht es gibt. Jetzt noch etwas. Entschuldigung Kumpel ich'm so schnell gehen. Dad Have a it to. Ja Ja ich mache jetzt mein Stein oh man jetzt habe ich ansonsten meinen schönen Stein gemacht wo bist du doch so wie soo ok los weiter hey kommst du mal oh ich geh mal Hammer rum ein Dick sagt eine Kammer AHHHH PELZ ooooh ich hab schon so viel Scham ehhh weißt du was ich hab genug Schadung um hier zu leben was nein du hast so wenig du lebst noch lange oh ne ne sag die von hinten an leck mich am Arsch leck mich am Arsch du Mann du hast keine Lebensanzeige mehr also stür ok wir können weiter ja ja so dann wollen wir auch gleich schon mal an diesem Pass schlafen hm ok ok dann speichern wir mal und wir sehen uns dann auch im nächsten Part von Super Smash Brawlers Brawl also schön und im nächsten Part gehts im Dschungel weiter tschau 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 tschau